Hallo zusammen. Thomas hat mal wieder ein Video an mich, für mich, um mich herum, in mich, aber auf jeden Fall nicht gegen mich gemacht. Und dieses Video, das auf keinen Fall gegen mich ist, werde ich eben ein bisschen zusammenfassen, weil, naja, einiges davon ist nicht wirklich sehr sinnvoll. Thomas beginnt damit, mein Ego zu streicheln und meinen gigantischen E-Penis zu lutschen, indem er sagt, dass ich ja Talent hätte und ich könnte was erreichen und das übliche Gott-unter-Menschen-Zeug. Dann wird es ein wenig lustig, wo er dann sagt, ja, jetzt werde ich dir mal zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man immer persönlich angegriffen wird. Und er spielt ein paar von meinen Clips außerhalb von jeder Art von Kontext und haut dann eins von meinen Zitaten raus. Irgendwas von, wer das liked, muss ja total dämlich sein, hat weniger als drei Gehirnzellen oder sowas. Damit hätte ich soweit eigentlich noch kein Problem, aber jetzt kommt der interessante Teil. Also, auf zu Thomas. Ja, ich habe drei Videos über dich gemacht. Ich gebe es ganz offen zu. Und für dich war das mit Sicherheit nicht angenehm. Aber du hast auch reichlich Videos über mich gemacht, über mich als Person. Du hast es nur mit dem Thema sozusagen vermischt, aber letzten Endes war das eine Propaganda gegen mich als Person. Weil du erstens mal meinen Namen verwendet hast, Teile meiner Videos innen verwendet hast, um mich dementsprechend auch so darzustellen. Und da liegt dein großer Denkfehler, Thomas. Du siehst es wie folgt. Es gibt mich und es gibt dich. Das heißt, jede Aussage, die ich über eins deiner Videos mache, ist automatisch eine Aussage gegen dich als Person. Wenn ich es so sehe. Es gibt mich, es gibt dich und es gibt deine Aussage. Ich greife deine Aussage an. Wenn ich ein Video über deine Aussagen über Homosexualität mache oder über den Kreationismus, den du vertrittst oder über was auch immer du sagst, bist du während der Aufnahme dieses Videos für mich nur eine leere Hülle, die diese Aussage projiziert. Du bist, so böse es klingt, austauschbar. Es ist egal, ob jetzt du, der Papst, Harun Jaya, Pia Vogel oder was weiß ich wer, diese Aussage macht. Wenn ich sage, dass du ein Arschloch bist, dann, weil es die Aussage eines Arschlochs ist, über die ich rede. Wenn ich sage, du bist ein feiger Heuchler, dann, weil die Methoden, die du benutzt, die Methoden eines feigen Heuchlers sind. Über dich als Person weiß ich nichts. Wie soll ich über dich irgendetwas aussagen können? Ich beziehe mich in jedem meiner Videos ausschließlich auf die Aussagen, die du getroffen hast, auf die Methoden, die du benutzt hast. Und diese Aussagen und Methoden bringen mich regelmäßig zur Weißglut, weil, okay, ich habe es oft genug erklärt, du weißt warum. Dein Kollege, die Stimmen aus dem Moff, ist Experte da drin, einfach Videos von mir hochzuladen und dementsprechend eine Propaganda zu starten, um mich als Person in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Und das ist das einzige Ziel, was mir hier in Wahrheit läuft. Propaganda gegen eine Person. Was sonst das Schlimme ist, dass man Menschen denunzieren kann, in aller Öffentlichkeit, in ein schlechtes Bild rückt, nur um Macht zu beweisen. Nach dem Motto, ich bin mächtig, boah, ich habe Zeig-Szenen jetzt. Aber man muss sich nicht wundern, wenn irgendwann sowas auf einen selber zurückfällt. Also ich kann jetzt nicht für die Stimme aus dem Off reden, aber ich mache keine Videos, um zu zeigen, dass ich größer, besser, stärker oder sonst irgendwas bin. Ich mache Videos, um den Leuten Informationen zu geben. Ich erkläre eben ein bisschen, warum. Mein Verständnis der Welt ist folgendes. Wir bauen auf den Informationen, die wir haben, unser Weltbild auf. Das heißt, desto mehr Informationen ich habe, desto detaillierter wird mein Weltbild. Und desto besser meine Informationen sind, desto näher rückt mein Weltbild an die Realität. Wenn ich also jemanden sehe, der ein Video hochlädt, das ein Weltbild zeigt, das auf falschen Informationen basiert, werde ich auf dieses Video antworten, wenn ich Ahnung davon habe, um den Leuten zu zeigen, diese Informationen sind falsch. Und das Weltbild, das daraus resultiert, ist ebenfalls falsch. Und der Grund, aus dem ich nach ein paar Videos sehr ausfallen wurde, ist derselbe Grund, aus dem man einen Dreijährigen anschreit, der seine Jacke nicht anziehen will, während es draußen schneit wie bekloppt. Man wird nicht sauer auf das Kind und will es verprügeln, weil man es hasst. Man möchte, dass das Kind er nicht die verdammte Jacke anzieht, weil es das Beste für das Kind ist. Wenn ich also Thomas Informationen gebe, dann würde es mich sehr freuen, wenn Thomas diese Informationen auch annimmt. Und wenn ich diese Informationen wieder und wieder und wieder wiederhole, dann werde ich natürlich sauer während des Gesprächs mit Thomas. Und das, was ich gerade gesagt habe, kannst du nehmen, in Windows eintippen und eine Wortsuche starten für Thomas und den Namen Thomas durch alle anderen Namen ersetzen, die dir so einfallen. Es geht nicht gegen die Person. Es geht gegen die Haltung der Person. Wenn mein dreijähriger Sohn, den ich nicht habe, sich weigert, seine Jacke anzuziehen, wenn es draußen minus 10 Grad sind, dann werde ich ihn in die Jacke reinzwingen müssen. Er wird es nicht mögen, aber es ist das Beste für ihn. Wenn ich Leuten Informationen zuspiele, die wichtig wären, damit sie ein aus meiner Sicht vollständigeres Weltbild bekommen und sich weigern, diese Informationen anzunehmen, dann werde ich diese Informationen weiter diesen Personen geben. Vor allem, wenn diese Personen weiter damit fortfahren, dieses falsche Weltbild verbreiten zu wollen. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja, man kann auch verschiedene Meinungen haben. Ja, das kann man, aber wenn ich hier beweise, dass 2 plus 2 4 ist, und du weiter sagst, 2 plus 2 ist 5, werde ich verständlicherweise etwas ungehalten werden. Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Wenn ich mich hinstellen würde und sage, ja, Jesus hat das Blut von Unschuldigen getrunken und dem Satan geopfert, und du mir Gegenbeweise liefern kannst und ich das trotzdem weiter behaupte, dann würdest du das nicht unbedingt gerne hören, oder? Ich weiß, ich habe jetzt über den Punkt sehr lange geredet, aber es läuft darauf hinaus, ich argumentiere nicht gegen die Person, sondern gegen die falschen Standpunkte dieser Person. Und die Person wird während des Videos im Grunde zu einem Platzhalter degradiert. Weil es mir zu blöd ist, immer zu sagen, dieser personlose Standpunkt, den jede Person haben könnte, aber gerade diese Person hat, sage ich einfach Thomas. Das heißt, ich sage nicht, ja, die Einstellung, dass Homosexuelle böse sind, ist schlecht, sondern ich sage, Thomas ist ein Idiot, weil der Standpunkt, den er vertritt, der Standpunkt eines Idioten ist. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile zwölfmal erwähnt, dass ich mich nicht auf die Person direkt beziehe, oder? Okay, ich wiederhole mich schon wieder, also machen wir mit Thomas ihm seinen Ausschnitte weiter. Man kann unterschiedliche Auffassungen über ein Thema sein und Meinungen haben und jeder hat seine eine Ansicht, ich habe meine Ansicht und du hast deine Ansicht. Aber trotzdem gibt es etwas, wo man Respekt haben sollte, und zwar vor der Person. Und wer in seinen Videos die Person am beleidigt und eine Pranger stellt, dann muss ich nicht wundern, wenn dann sowas auf einen selber zurückfällt. Man behauptet immer, ich wäre Menschen verachtend, nur weil ich gegen Homosexualität bin. Aber das stimmt nicht. Ich werde jetzt mal was einblenden, ein älteres Video, wo ich etwas ganz anderes gesagt habe. Und ich bitte auch, dass du mal genau zuhörst. Und ich werde jetzt mal was sagen, was den Leuten verblüffen wird. Wenn ich gegen Homosexualität bin, was ich heute immer noch bin, dann habe ich nicht diesen Menschen diskriminiert. Das ist der größte Quatsch, und eine Propaganda der Homolobby, die einfach so nicht stimmt. Wenn ich sage, dass ich gegen Homosexualität bin, dass ich gegen die Homo-Ehe bin, habe ich diesen Menschen nicht diskriminiert. Ich kann diesen Menschen begegnen. Ich respektiere und achte diesen Menschen immer noch genauso wie jemand, der nicht homosexuell ist. Das ist den Leuten alle nicht klarer. Das Geschrei, wenn man gegen Homosexualität ist, dann ist ja gleichzeitig Diskriminierung. Das ist so ein Quatsch, ist das. Und zudem ist das Erpressung. Man kann doch nicht jeden Menschen dazu erpressen, das gut finden zu wollen. Denn wenn wir schon mal an dem Thema Toleranz sind, dann müssen die Leute auch tolerieren können, dass es auch Menschen gibt, die da nicht dafür sind. Aber sie nicht dazu beschimpfen und zu beleidigen, und an einen Pranger zu stellen, nur weil sie sagen, wir sind gegen Homosexualität, ist schon erstaunlich. Und das allergrößte Verblüffnis zu seiner ganzen Sache ist, dass ausgerechnet die Leute am Schrein waren, die selber mit der Thematik nichts zu tun hatten. Sie haben sich hingestellt und sagen, ich bin zwar nicht homosexuell, aber ich habe nichts gegen Homosexuelle. Wisst ihr, das ist eigentlich in Wahrheit die größte Lüge, die ich in jedem mein Leben gehört habe. In Wahrheit haben sie mit dieser Aussage eines bewiesen, dass sie nicht wirklich dafür sind. Leute, das glaubt einem kein Mensch. Wisst ihr, was erstaunlich ist? Dass die ganze Hasspropaganda, die gegen mich geschürt worden war, von Leuten propagiert worden sind, die selber mit Homosexualität nichts zu tun hatten. Es war nicht ein Homosexueller dabei, der das gesagt habe, was diese Leute zu mir gesagt haben. Zum Abschluss sage ich nochmal zur Homosexualität, ich achte diese Menschen genauso wie jeder andere auch, auch wenn ich dagegen bin. Für diese Menschen ist es allemal besser zu wissen, woran sie bei mir sind, als bei einer Gesellschaft, die sich nur unter das Wort Toleranz versteckt. Denn diese Menschen haben genau vor diese Leute Angst, die sich nur unter das Wort Toleranz verstecken, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren. Bei mir wissen sie, wo sie an dem Punkt dran sind. Aber das hat nichts mit Missachtung der Person zu tun. Das sollte den Leuten endlich mal klar werden. Und ich werde mich weigern, mich mit Begriffen wie Homophobie und Geisteskrank und Fundamentalist und Nazi mich beschimpfen zu lassen. Vor allen Dingen, weil solche Aussagen von Leuten kommen, die selber mit der Homosexualität nichts zu tun haben. Dass ich auf die Argumente und nicht auf die Person an und für sich eingehe, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Thomas, du bist in diesem Fall nicht mein Fokusziel, sondern du bist ein Token, das ich da hinstellen kann, weil der hat die Aussage gemacht, darum nehme ich jetzt den. Aber du bist austauschbar. Würde, sagen wir mal, Pierre Vogel die Aussage machen, würde ich Pierre Vogel einen Idioten nennen. Würde Harun Yaya die Aussage machen, würde ich Harun Yaya einen Idioten nennen, weil die Aussage idiotisch ist. Es ist nicht gegen dich als Person. Das war jetzt, glaube ich, das zehnte Mal. Okay. Ich versuche es nicht mehr so oft zu erwähnen. Zu deinem, ja, Video-Ausschnitt. Ich möchte ein anderes Video von dir an dieser Stelle erwähnen. Ein Video, den Titel habe ich vollkommen vergessen, in dem du gesagt hast, dass Gott jeden Mensch schon im Mutterleib gekannt hat. Das heißt, schon bevor man geboren wird, hat Gott festgelegt, wie man aussieht, das Schicksal, etc. Du hast das in diesem Video so gesagt. Und du wurdest in den Kommentaren heftig kritisiert. Wegen der Aussagen, die du vorher getroffen hast. Ich habe entsprechend meiner Ideologie in den Kommentaren kräftig beleidigt. Und zwar deine Kritiker. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verdammt nochmal ihr Gehirn einschalten und gucken, was du da sagst. Weil das, was du in diesem Video gesagt hast, war vollkommen richtig. Es war eine legitime Auslegung der Bibel. Du hast es nicht benutzt, um irgendwas legitimisieren zu wollen. Und du hast es nicht benutzt, um irgendwie irgendwelche Minderheiten zu diskriminieren oder deine eigene Ideologie weiter fortzuführen. Das ist im Grunde nur gesagt, Gott liebt alle Menschen und die Menschen sind was Besonderes. Punkt. Und ich habe dich unterstützt. Wenn deine Aussage in einem Video vollkommen legitim ist, werde ich diese Aussage unterstützen. Wenn diese Aussage allerdings auf falschen Informationen beruht und zumindest aus meiner Sicht faschistisch ist, werde ich diese Aussage als auf falschen Fakten basierend und faschistisch bezeichnen. Es geht nicht gegen dich als Person direkt, sondern gegen deine Idee. Das ist nur Nummer 20. Fuck it. So, weil wir hier ja gerade irgendwie große Kehrbär-Knuddelkur machen, möchte ich jetzt mal die paar Argumente, mit denen die waren ja gar nicht homosexuell, dürfen die sich auch nicht beschweren und mit das ist ja keine Intoleranz, das ist ja was anderes, mal weglassen. Das könnte ich auch noch adressieren, das habe ich aber glaube ich schon irgendwann mal gemacht. Also, ja, weiter zum nächsten Teil von dir. Verstehst du jetzt, worum es hier geht? Was für die beide haben uns in den letzten Monaten gegenseitig sozusagen die Hölle als gemacht? Wir haben Videos gegeneinander gemacht, ich habe gegen dich Videos gemacht, du hast gegen mich Videos gemacht. Ich werde jetzt hiermit den ersten Schritt machen. Ich werde mich hiermit öffentlich bei dir entschuldigen, dass ich Videos über dich gemacht habe. Hier ganz offiziell. Ich möchte Frieden mit dir schließen. Auch wenn ich Christ bin, auch wenn du da vielleicht damit nichts anfangen kannst, mit Christentum oder sonst was, sei es doch drum. Ich kann ja keinen, man kann ja keinen Menschen zum Glauben an Gott zwingen, geht ja nicht. Sondern die Gotteserfahrung muss jeder Mensch selber erleben. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, nur darauf hinweisen, mehr nicht. Deswegen muss man das auch nicht so bekämpfen. Aber ich bin eben halt Christ und ich stehe dazu. Worum ich dich jetzt ganz ehrlich bitte ist, und das ist wirklich eine Bitte, zwingen kann ich dich dazu nicht. Dass du diese alten Videos löscht, weil sie zum einen von Kanälen stammen, die nicht mehr existent sind, zum anderen einfach auch, weil sie auch gegen meine Person gerichtet sind. Und du weißt das. Ich werde ganz offiziell hiermit die Frieden schließen. Ob du die Videos jetzt löscht oder nicht, das liegt in deinem Messen. Das musst du mit dir selber abmachen. Aber unabhängig davon, ob du das tust oder nicht, schließe ich hiermit auch ganz offiziell Frieden. Zumindest von meiner Seite aus. Wir können uns beiden Respekt begegnen, selbst dann, wenn wir auch unterschiedlicher Auffassung sind. Und wir müssen uns nicht gegenseitig zerfleischen. Und deswegen. Deswegen denk mal drüber nach. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Okay Thomas, es gibt verschiedene Stufen von Sachen, die mir egal sind. Schnecken sind mir egal. Steine, solange sie nicht auf mich geworfen werden, sind mir sehr egal. Jeder Spider-Man-Comic nach One More Day ist mir mega egal. Und deine Religion ist mir super mega extra egal. Ich bin nicht rausgegangen, hab dich gesucht und gesagt, ey, der ist christisch, macht ihn jetzt voll fertig. Sondern ich habe dein Video gesehen und mir gedacht, okay, das ist ein mittelalterliches Weltbild, ich glaube, ich werde da mal versuchen zu helfen. Hab versucht, dir Informationen zu geben, versucht, mit dir zu argumentieren und jetzt sind wir hier und niemand hat was davon gehabt. Gut, ich hatte ein paar Klicks, aber das war es dann auch. Ich möchte nochmal betonen, dass ich nicht dich als Christ oder dich als Person angegriffen habe, sondern primär die Aussagen, die du getroffen hast, angegriffen habe. Du standest so ein bisschen ungünstig im Schussfeld. Wie dem auch sei, wenn du dich wirklich so angegriffen fühlst durch meine Videos, dann werde ich die Videos über dich entfernen, privat schalten oder was auch immer. Muss ich noch gucken. Also jedenfalls der Öffentlichkeit werden sie nicht mehr ohne weiteres zugänglich sein. Ich hätte im Gegenzug aber eine Bitte an dich. Es geht dabei weniger um mich als vielmehr um dich. Bitte mach keine Videos über Homosexualität mehr. Zum einen, ja, ich weiß nicht, wenn meine Informationen kommen, aber ne. Und zum anderen, die Leute reagieren und sind darauf sehr emotional und sehr ungehalten. Wenn du weiterhin auf YouTube als Christ aktiv sein möchtest, dann mach weiter solche Videos wie dieses Gott kennt jedes Kind schon im Mutterlei-Video. Ich kenne die Texte eigentlich mal, sorry. Mach Videos, in denen du über das Christentum redest, die Bibel analysierst. Aber mach bitte nicht mehr solche Videos, in denen du dich hinstellst und sagst, Atheisten sind böse, weil die gegen Gott kämpfen. Und Homosexuelle sind böse, weil wenn man Homosexuelle zulässt, müssen Pidophile ja auch sofort. Und dann die Ziegenficker und dann Inzest und dann dies und das und dann wird Feuer regnen. Weil dann werden Leute wie gesagt böse. Ja, ähm, das wär soweit eigentlich alles von mir. Deine Videos packe ich runter, sobald ich kann. Ich bin gerade so ein bisschen eingeschrieben, was Internet angeht. Und, ja, ich werd schon jemanden finden, mit dem ich auf YouTube noch ein bisschen Spaß haben kann. Also, bis dann, ciao und bitte denkt drüber nach, Thomas. Also, ja, bis denn.